Du bist so ein süßes Herz. Wir brauchen nicht das andere Raum, wir brauchen nur dich. Das ist so schön. Ich kann alles sagen und sie wird lachen. Lass uns versuchen, wenn ich Deutsch sprechen kann und sie wird lachen. Hallo mein Schatz, wie geht's dir denn? Hallolujahr! Ich habe es ja versprochen. Letzte Woche habe ich über London geredet und heute zeige ich euch ein paar Ausschnitte, was ich da gefilmt habe. Follow me around. Ich habe zwar nicht so viel gefilmt, ich war in London und in Liverpool davor. Das zeige ich euch gleich. Aber zuerst, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr müsst euch vorher das Video anschauen, wo ich über London erzähle. Also da draufklicken und euch das dann anschauen. Erst dann versteht ihr das, was ihr danach dann jetzt gleich innerhalb von 15 Sekunden zu sehen bekommt. Und danach gibt es natürlich noch die Verlosung und wieder was zu gewinnen. Also bleibt dran und erstmal viel Spaß in London. Das ist so weird, ich bin hier in Liverpool. Aber ich denke, die Germans took over. Da ist Deichmann da. Da ist die Lieder. Da ist ein Schuh-Store. SCH. Da ist SCH jetzt in Germany. Und das ist die größte Sache. Aber hier ist ein Schuh. Des之 jueves finde ich. Das ist doch S-T-S-H. Überall es ist das. Noch ganzes Fische. Ganz schön. Monkey Truth! Monkey Truth! Pointed! The best one is Black People or White People! Come on, okay! What kind of thing about Black People is insane! One of them was... Racist Monkey! I don't know how to shame when I'm a racist monkey. The answer you get Black People and everything's alright! I wanted to talk to the past, but now... I've just been rolling off the stage and leaving here. No! You've got close enough, Mark. You've got close enough. Give it up for them, Monkey Truth! Thank you, Max! Yeah, you know what you're all about! Oh my goodness, I turned into a very good-looking man. Stupid. Stupid. Say again? That was good. Oh, thank you. Hey, Tom! Thank you very much! How did you know? That's the way how we do in Germany, you know? The audience doesn't laugh or applaud or anything, but afterwards they always go, So, that was good, yes. I appreciate it. I liked it. It was very good. I feel happy now. This is a new feeling for me, because we're not happy people. We complain all the time. You know? It's true though. We complain. We have got this saying in Germany. It's called, Früher war alles besser. Which means, In the past, everything was better. We say it all the time. That's a really stupid thing to say. Especially for a German. A few days ago, it was my first time in Liverpool. I performed in Liverpool. and, uh, they don't even speak English there. I didn't understand a word. Mi momit mi dat. And when I said, mi momit mi dat, they said, that sounds Irish. But anyway, so I had two gigs there, and I totally bombed. Which is not a good thing. German bomb. Hey. Unfortunately, this is my last day in London. Um, I had such a great time. Now I'm going to Hyde Park to see the Speaker's Corner because that's always a hoot. And tonight I have another performance and then tomorrow it's back. I go, I'm so sad. I want to stay here. I want to buy a boat like this and then just live on the Thames where this would be. this would be crazy. This would, whoops, the sun. We have even the sun coming out. This is so wonderful here. I want to stay. I'm going to tell a bear joke. It's, it's the most, yay, yay, yay. It's the most popular bear joke we have in Germany. It's the most popular bear joke. So, it's the most popular bear joke. a bear goes into the toilet and has to be a horse. Oh, you like it? Und Liverpool, so, und jetzt geht es darum, hier das zu gewinnen. Warum rede ich wie ein Nachrichtensprecher, der nach jedem Wort oder auch innerhalb des Wortes Pausen macht? So, hier, die Battle Box, die gab es nämlich zu verlosen und wer wollte alles mitmachen? Naja, geht so. Jedenfalls losen wir jetzt, wer gewonnen hat und danach gibt es dann wieder was zu gewinnen. Ich muss euch nämlich was Wichtiges sagen. Gewonnen hat, Forbidden Nickname, wuhu, Schnee. So, ja, hier, jetzt gibt es wieder das hier zu gewinnen, der neue Asterix. Warum schon wieder der neue Asterix? Weil die Gewinnerin von letztem Mal es nicht geschafft hat, sich bei mir innerhalb der Frist zu melden. Deswegen kann ich ihn ihr nicht schicken. Also, wenn ihr den gewinnen wollt, heute ist Montag. Ihr müsst bis Freitag drunter schreiben, dass ihr den gewinnen wollt. Nächsten Montag ist dann die Auslosung und dann müsst ihr euch wieder bis Freitag melden. Ansonsten kann ich ihn euch nicht schicken. Ja, so, morgen ist dann wieder Dienstag und danach kommt Mittwoch und dann ist Donnerstag. Nee, aber am Dienstag, 21 Uhr, endlich wieder der Live-Hangout auf Ui. So, jetzt hier kommentiert. Ich rede nur noch ein Wort pro Satz. Schreibt einen Kommentar drunter, abonniert den Kanal. Drückt da... Schreibt einen Kommentar drunter, drückt Daumen hoch bei dem Kanal, abonniert den Kanal und was weiß ich. Normalerweise stelle ich auch immer eine Frage, damit wir eine schöne Diskussion haben in den Kommentaren. Wir sind ja alle unter uns, wir sind ja alle eine Gemeinschaft. Irgendwie ist das letzte Woche eingeschlafen. Also, kommt, macht euch ran. So, das war's. Ciao. 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 Ciao.